Turn Me On. Eine wahrhaft bewegende Ausstellung hat das Auktionshaus Christie's in London Mayfair eröffnet. Kunst auch zum Anfassen, fast immer im Unruhezustand. Es gibt viele Arten von kinetischer Kunst. Es ist kein eigenständiges Genre, eher eine Bewegung von Künstlern aus Lateinamerika und Europa. Sie haben neue Wege erprobt, mit neuen Materialien, Ideen und Visionen. Und jeder wiederum auf seine spezielle Art und Weise. Alles hängt vom Betrachtungswinkel ab. Turn Me On, die erste kinetische Kunstausstellung in London seit 44 Jahren, kann noch bis zum 7. April in Mayfair bewundert werden.